ja hallo freunde hier ist der bau und hier ist nächste let's play von world of warships und wir sind auf einer ganz offenen karte wir sind auf der karte im ozean in alt hier fünf gefecht geraten ich bin mit meiner hosho unterwegs mit dem flugzeugträger der japaner und die schicken einfach mal von da nach da und ich hoffe das ganze geht gut für uns aus weil ohne zu verstecken so ganz nackig hier im flugzeugträger ist natürlich immer scheiße naja ok gucken wir mal was wir hier ausmachen hier rausholen können genau die flugzeugträger haben wir ein so was ist da unten los fährt er mann 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 da kollidiere ich gleich schon mit dem ersten schlachtschiff weil der dann nicht aus dem arsch kommt torpedo angriff ach ja los gruppe 3 und gruppe 4 bald durch das bisschen luftabwehr hier bist du nur eine kongo und schade das war knapp das war knapp wegpunkt erreicht ziel erreicht tja weil er könnte vielleicht sogar treffen der ende torpedor ne und da habe ich meinen kompletten flugzeuge anscheinend verloren autopilot aktiviert gut die blöde die blöde die blöde aber blöde und da und da sprach das die blöde das die blöde die blöde es zerstört Gruppe 4, bereit! Feueralarm! Problem gelöst! Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss! Ja, ist schon geil! Wir stehen unter Beschuss! Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei! Gruppe 2, starten klar! Gruppe 2, behalte derzeitigen Kurs bei! Danke! Die sind unterräumt! Die sind unterräumt! Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, sind unter Beschuss. Gruppe 4, kreisen Gegner an. Gruppe 4, kehren zurück. Gruppe 3, nähern uns Ziel. So. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. So, Gruppe 3, wäre noch einsatzbereit. Nee. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. So. 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 That's all you need. So. 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 tja leute meine jagd flieger sehen nicht gut aus ja da ist meine gruppe 2 raus vor tucker Egal, Gruppe 4, mach noch was. Das sieht gut aus. Das ist aber Feierabend hier. So sieht es aus. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. So. Jetzt haben wir noch. Die Kiro, ne? Die Kiro ist natürlich immer noch gefährlich. Na los, Leute. Gibt mal Gummi. Gruppe 4 hier hin. Gruppe 4 in der Luft. Na komm schon, Gruppe 3. Gruppe 3, start da. So, und unser Schiff fährt natürlich hier hin. Da können sie aber eigentlich auch hier rein manövrieren. Los, nehmt die da raus. Jawohl. Jetzt die Wyoming noch. Wir haben den Flugsträger ausgemacht. Den feindlichen. Aber da kümmern sich die Jungs drum. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Kiro hier rauskriege. Weil die Kiro ist noch gefährlich. Egal, Gruppe 4, schmeiß noch deine 2 Torpedos ab. Da könnte sogar einer treffen. Das sieht gut aus. Oh nein, 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 nein. Sie sind zu langsam. Schade. Gruppe 3 hat nochmal vier Stück. Na los, komm. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, der kommt gut, der eine. Schöner Treffer. Das sieht doch gut aus. So, jetzt krieg ich die Kiro. noch von der Seite. Das ist doch auch klasse. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass meine Flugzeuge schnell wieder starten. Bevor die Kiro mich ausmacht. Mit Vollgas weg hier. Gruppe 4 bereit. Oh, shit's up. Ja, ich kann aber im Moment nicht starten. Moment. Gruppe 4. Auf geht's. Gruppe 3 auch. Ja, das ist halt so, ne? Wir müssen die Kiro angreifen. Los. Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei. Gas geben, Leute. Los, Gas geben. Das können wir noch gewinnen, das Ding. Gefecht endet in 5 Minuten. Schmeiß die scheiß Torpedos runter. Los. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Gruppe 4 nähern uns Ziel. Reiter Fächer. Ja, wir wollen die Kiro ist raus. Gruppe 3 kehren zurück zum Schiff. Sehr, sehr schön, Freunde. Da ist die Party vorbei. Das war doch klasse. Das war doch eine schöne Hochschuhrunde. Ich habe zwar nicht so viel erzählt, aber das ist doch mal ein schöner Sieg. Einwandfrei. Das passt doch. So, was haben wir? 5 Flugzeuge abgeschossen. 5 Torpede treffen. 8 Flugzeuge abgeschossen. 3 Schiffe versenkt. Gucken wir mal gerade in der Teamauswertung. Da war ich ja nicht so besonders gut. Und beim Schaden. Na ja, in 20.000. Aber war eher so ein bisschen taktisch das Ganze. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal. Hier ist der Bambam und hier ist der nächste Let's Play. Bis dahin. Tschischkowski.